Leute, ich hab den Blade-Throwing-Simulator-Owner jetzt einfach in der Freundschaftsliste. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Blade-Throwing-Simulator. Und ja, heute hab ich echt krasse Neuigkeiten für euch. Und ich dachte mir immer, okay, spielen wir mal wieder Blade-Throwing-Simulator, weil das Spiel macht mir ziemlich viel Spaß, ziemlich, ziemlich viel Spaß. Und ja, Leute, ähm, da sehen wir auch schon einen krassen Boss. Das ist der Rhino-King, der sieht schon ziemlich krass aus, Leute. Wir sind aber viel zu schwach, um ihn zu besiegen. Oh mein Gott, okay, er greift uns direkt an, Leute. Wir sind viel zu schwach, um ihn zu besiegen. Wir machen absolut kein Damage. Oh Gott, oh Gott, okay, weg hier, weg hier, weg hier, Leute. Mit dem legen wir uns besser nicht an. Hier ist auch noch ein krasseres Event am Start, Leute, das hab ich mitbekommen. Und ja, ihr habt euch wieder gewünscht, dass wir nochmal ein Video hier über dieses Spiel machen und dann machen wir das Ganze mal. Aber vielleicht können wir diese Folge jetzt sogar auf die oberste Insel springen. Ähm, das wird zwar ein bisschen was dauern, aber vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe richtig krasse Neuigkeiten für euch, beziehungsweise mit mir ist was passiert, beziehungsweise ich hab was getan, was richtig nice ist. Aber, Leute, erstmal gehen wir auf die Insel, wo wir, äh, hoch können. Und zwar wäre das die Electronic Island, Leute. Die Electric Island, nicht die Electronic. So, Leute, hier haben wir den ganzen Cell und mal schauen, ob wir hier noch ein Rank-Up machen können. Ähm, da können wir einen neuen rankaufen. Ja, können wir tatsächlich, Leute. So, dann werden wir das Ganze mal tun und haben wir auch. So, jetzt verkaufen wir das Ganze wieder, Leute. Und hi, danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Beim letzten Video habe ich ja gesagt, Leute, okay, ich verlose für jede 5 Likes ein Robux. Das hat ziemlich, ziemlich gut geklappt. Die Robux wäre natürlich noch alles verlost, Leute. Macht euch da keine Gedanken, macht euch da keine Sorgen. Da wird alles noch verlost, Leute, genauso wie mit den Kommentaren. Deshalb dachte ich mir mal, Leute, okay, ähm, da ich nicht komplett arm werden will, Leute, und da ich leider nicht unendlich Robux habe, dachte ich mir mal so, okay, einfach so als Bonus, Leute. Ich verlose für jeden zehnten Like ein Robux. Das heißt, wenn es 1000 Likes hat, sind es 100 Robux. Ist zwar im ersten Moment nicht so krass viel, aber es ist schon viel. Und ich habe leider nicht unendlich Robux, Leute. Wenn ich irgendwann wieder mehr Robux habe, dann mache ich das Ganze mal höher. Vielleicht pro Like ein Robux und das ist schon echt krass. Oder wieder pro 5 Likes ein Robux. Aber erst mal, Leute, pro 10 Likes ein Robux. Das heißt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, falls dir dieses Video hier gefällt. Und, ähm, ich verlose einfach noch 4 von diesen Pets in den Kommentaren. Das heißt, hier die 4 Pets verlose ich in den Kommentaren. Dich, dich, dich und dich. Äh, das heißt, es gibt 2 Gewinner. Jeder Gewinner kriegt 2 von diesen Pets. Schreibt aber einen netten Kommentar mit deinem Roblox-Namen. Äh, und abonniere auch noch den Kanal und aktiviere die Glocke, Leute, um daran teilzunehmen. Und wäre cool, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilen könntest, um mich nochmal ein bisschen zu unterstützen. Aber jetzt, Leute, jetzt sollten wir wirklich mal anfangen, nach oben zu springen. Kaufen uns mal die ganzen Double Jumps hier. Ähm, so, oh Gott. Oh, wir haben kein Geld mehr. Okay, äh, ja, dann müssen wir das Ganze mal schnell beheben. Und zwar, indem wir hier ein bisschen unsere Schwerter werfen und uns hier, boom, holen und dich hier holen. Vielleicht langsam bist du echt lange farmen, um auf die ganzen Schwerter zu kommen. Okay, Leute, ich hab jetzt mal ein paar Schwerter noch dazu gekauft. So, hier, dafür haben wir wieder nicht genug Geld, Leute. Und, ja, jetzt können wir uns hier das hier holen, bam, so. Leute, ich springe mal eine Insel hoch und danach erzähle ich euch das, worauf ihr alle gewartet habt. Okay, springen wir mal nach oben und, ja, die Wolken sehen ziemlich hoch aus. Also, mal schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen mit unseren 18 Springen. Oder vielleicht brauchen wir noch mehr Sprünge. Nee, okay, zack. So, dich haben wir und dich haben wir auch. Leute, das könnte richtig knapp werden. Äh, nein, nicht geschafft. Okay, dann lande ich hier schnell mal auf der Wolke zwischen und jetzt noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. So, hier noch zwischenlanden und hoch hier. Hi. So, Island 11 unlocked, Leute. Hier ist ein zweifacher Cell, das ist ziemlich cool. Zweifacher Cell ist auf jeden Fall ziemlich nice, Leute. Ähm, so, Leute, jetzt sage ich euch aber auch das, worauf ihr die ganze Folge lang gewartet habt. Und was mich auch sehr gehypt hat. Und zwar, Leute, ihr kennt ja hier dieses Spiel, Blade Throwing Simulator. Da sind wir ja gerade drin. Und wenn wir hier mal sehen, wer hat dieses Spiel erstellt. Absolut, erstmal liken, by the way. Ähm, wer hat dieses Spiel erstellt. Make it rainbows. Und wenn wir hier mal draufdrücken, sehen wir, diese Person ist in meiner Friend List. Und ja, ziemlich nice Sache auf jeden Fall. Der Owner von Blade Throwing Simulator ist einfach in meiner Friend List. Bei Discord auch, Leute. Bei Discord ist er auch in meiner Friend List. Und da haben wir mal ein bisschen geschrieben und da habe ich was bekommen, Leute. Was ihr nächste Folge oder übernächste Folge mal sehen werdet. Oh ja, nächster Update halt. Da habe ich was bekommen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Was habe ich bekommen, Leute, von dem Owner von Blade Throwing Simulator. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was denkt ihr, Leute. Was hat er mir gegeben, was im nächsten Update hinzugefügt wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, dass ich etwa den Owner jetzt von diesem Spiel habe. Weil ich mag dieses Spiel sehr und ihr auch. Und einfach einen Owner in der Friend List haben, der das Spiel erstellt, ist schon eine nice Sache. Und das freut mich auf jeden Fall. Außerdem, wenn wir hier schon von Seiten sprechen, ich habe übrigens mehr Follower als er. Er hat 11.000 Follower. Ich habe, das ist gerade ein bisschen verpackt, ich habe 12.000 Follower, Leute. Ihr könnt mir gerne folgen auf Robux. Einfach hier auf diese drei Punkte drücken, dann auf Folgen drücken. Komplett kostenlos könnt ihr mir dann folgen. Und ihr könnt auch gerne mal in der Gruppe beitreten. Dafür einfach hier runterscrollen, Leute. Dann einfach hier auf die Gruppe drücken. Und hier auf die Gruppe beitreten, Knopf drücken. Wenn ihr ein paar Robux habt, könnt ihr gerne hier in den Store vorbeischauen. Und ja, Leute. Wäre cool. Wenn ihr da kostenlos beitreten könntet, würde ich mich auch sehr unterstützen. Und ja, Leute. Dann springen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Wobei, können wir uns vielleicht nochmal einen Double Jump holen. OC kostet das Ganze? Nein, so viel Geld haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob so... Ich weiß nicht. Eigentlich bräuchten wir bessere Pads an sich, oder? Oder außerdem, ich habe eben von Discord gesprochen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mal auf meinen Discord-Server joinen. Link ist in der Beschreibung. Genauso wie zu der Roblox-Gruppe und zu meinem Roblox-Profil und allem drumherum. Twitter auch, Instagram auch. Falls ihr das habt, könnt ihr mir auch gerne folgen. Okay, Leute. Ich bin jetzt mal in eine richtige Lobby reingegangen, damit auch Leute nachjoinen können von euch. Achso, Leute. Ich habe gerade gecheckt. Warum sind wir eigentlich so schwach? Ich dachte, dieses Event ist aus. Aber ich habe jetzt erst gecheckt, Leute, dass wir unsere Pads gar nicht gequippt hatten. Oh, Gott. Ja, das ist natürlich peinlich. Aber, äh... Das habt ihr alle nie gesehen, Leute. Oh, Gott. Ich will nicht wissen, wie die Kommentare jetzt damit zugespampt wurden. Ja, gut. Dass wir die Pads nicht gequippt hatten, da hätte ich auch drauf kommen können. Ähm, aber ja. Jetzt werden wir das heute noch bessere bekommen, Leute. Okay, Leute. Mal schauen, was für Pads der uns jetzt geben wird. Bin ich mal gespannt. Boah. 5,5 Billionen. Hier, guck mal. Das sieht nice aus, Leute. Okay, Leute. Dann werden wir unsere besten Pads jetzt equippen. Wir haben auf jeden Fall einige bekommen. Hier 5,5 Billionen, 5,5 Billionen, 5,7 Billionen. Äh, er schreibt, hab noch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Platz habe. Oh, Gott, Leute. Wir wurden umgebracht, ja, aber langsam haben wir jetzt auch unsere Pads hier. Gott, Leute. Hier sind jetzt so viele Fans drin. Mal schauen, Leute. Was haben wir noch? Was können wir noch equippen? Wir haben die vier jetzt equippt. Haben wir jetzt hier noch eins mit 5,2 Billionen haben die? 5,5. 5,5. Okay. 5,5 Billionen, Leute. Äh, ja. Dann werden wir die beiden hier, einfach die beiden Pads hier, Leute, auch in den Kommentaren verlosen. Äh, wie gesagt, einfach einen netten Kommentar schreiben mit einem Roblox-Namen. Dann werden wir mal weiter hochspringen. Und jetzt werden wir auch definitiv mehr Geld bekommen und so. Das war eben ein richtiger Fail, dass ich einfach nicht gecheckt habe, dass ich meine Pads gar nicht equippt habe. Aber jetzt haben wir 5 Pads equippt, Leute. Und jetzt sind wir auch wesentlich stärker. Jetzt müssen wir auch wesentlich stärker sein. So, zack. Verkaufen wir das Ganze. Und ja, 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 ja. Definitiv sehen wir stärker aus. Ähm, buy all. Boom. Und hier buy all. Zack. Und ja. Ich mache mal gerade meine Pads unsichtbar. Muss ich manchmal aus. Schau mal Pads aus. Boom. Und ja. Jetzt werfen wir mal hier die ganzen Schwerter. Und ja. Ich werde mich mal jetzt auf den Weg nach oben machen. Mal schauen, wie weit ich hoch springen kann. Wobei ich brauche erstmal die Double Jumps, ne. Okay, jetzt habe ich maximale Double Jumps, Leute. Ich habe auch ein maximales Schwert jetzt. Und maximale Energie habe ich auch. Und ja, dann springe ich jetzt mal nach oben. Hier haben wir einen dreifachen Cell. Ziemlich cool. Ich glaube, die Cells werden jetzt anscheinend immer mehr. Mal schauen mal, wie viel Energie wir hier holen können. Ah, wir haben schon wieder das Beste, Leute. Bam. Und das Beste Schwert haben wir noch nicht. Da müssen wir aber wohl ein bisschen farmen hier. So. Werfen wir mal hier ein paar Blades durch die Gegend. Mal schauen, Leute, was haben wir denn hier gerade im Perk Shop. Hatch Speed, Roll Speed. Und ja, wir können das ja eh nichts holen, Leute. Wollen wir uns mal hier. Bam. Okay, jetzt haben wir auch schon die maximalen Schwerter, Leute. Und jetzt werden wir weiter nach oben jumpen. Gott, Leute, die nächste Insel, die hat gerade richtig komisch ausgesehen. Habt ihr das gesehen? So, also, so, da. Wow. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Aber jetzt ist sie richtig geladen. Jetzt geht es wieder. So. Das schaffen wir auf jeden Fall, Leute. Jetzt springen wir hier ganz gemütlich nach oben. Zack, auf die fliegende Wolke. Boom. Getroffen. Und weiter geht's. Da ist auch der Vierfache Sell, Leute. Das heißt, die Sells werden jetzt echt immer mehr. So. Okay, okay. Bam. Vierfache Sell. Nice, nice, nice. So, hier ab in den Shop und schauen wir mal. Boom. Zack, Schwerter. Haben wir schon die besten. Bam. Haben wir auch die besten. Jetzt hier das kaufen können wir uns auch. Nice, nice. Reinge können wir uns jetzt auch easy kaufen, aber springen wir einfach weiter nach oben. Dafür gehen wir jetzt einfach auf die höchste Stelle hier. Und die wäre da bei dem Kristall. Und ich würde sagen, ganz glaube ich, ist übrigens voll mit Fans. Grüße euch alle. Ab nach oben. Boom, Leute. Und hier ist ein Fünffacher Sell. Und die Insel sieht ziemlich cool aus. So weiß, schwarz. Mag ich. Mag ich, mag ich auf jeden Fall. So, Leute. Bestes Schwert hier wiederholen. Nein, wir haben nicht mal genug Geld. Boom. So, das hier holen wir uns. Das beste Schwert haben wir tatsächlich nicht genug Geld. Mehr Sprünge können wir uns auch nicht holen. So, Leute. Auf welcher Insel sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt gerade auf der... Ich weiß gar nicht, auf welche Insel wir sind. Ja, springen wir noch einmal nach oben, Leute. Einmal geht noch. So, Leute. Hier sind wir jetzt auch angelangt. Ein Sechsfahrer Sell ist hier. Ich würde ja schon gerne auf die Glitch-Insel. Aber ich glaube, da wird die Aufnahme aber viel zu lange gehen. Ich werde jetzt mal hier reingehen. Zack. So, boom. Und boom. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon ziemlich weiter. Aber wir haben noch bei weitem nicht das Beste, Leute. Hier gibt es wieder ein Eck. Was gibt es denn hier für Pets? Na, ich denke mal, die werden nicht so gut sein, wie die wir haben. Weil unsere Pets sind schon ziemlich stark. Und das Ding ist gar nicht mal so billig. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, würde ich an der Stelle auch die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach den O-Niner-Friend-List. Nächstes Update. Wird krass, Leute. Da passiert was. Da kommt was für mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, haut ihr rein. Und ciao, Leute.